Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Äh, Flux. Wir machen Flux. Äh, den Flux macht man aber hier. Deswegen, und zwar machen wir mehr, wir machen, äh, alles. Das ist, ähm, ohne Ende spannend. Sehr sogar. So, dann brauchen wir jetzt einen, äh, einen Leingarn. Ich glaube sogar, wir brauchen, ja, wir brauchen Leingarn. Und zwar alles. So, Leingarn, mehr herstellen, 10, das ist nicht so viel. Sehen wir mal ehrlich. Das ist echt nicht viel. Wer? Warum? Wer sagt denn sowas? Ich glaube, der, 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 äh, der Dorfälteste. Oh ja, 26, du bist schon sehr, sehr hart alt, ne? Sind wir mal, sind wir mal realistisch? Du bist sehr hart alt. Hier war der Fischbär, ne? Ähm, Holzwaffen. Nee. Stein. Hier, Fischbär. Keine Ahnung, wie lange der Held, der Fischbär. Wahrscheinlich ein Tag. Sind wir nochmal ehrlich. Aber wir werden das rausfinden. Vier Stück. Dann ballern wir die hier rein. Ein Fischbär. Der Fischbär. Müsste eigentlich hier oben sein. Hier. Acht. Warum habe ich jetzt acht? Ach, weil ich immer zwei. Ah, okay. Das ist cool. Also mit einem Leingarn machst du dann, das ist ja, das ist, äh, gut. Das ist ganz nice. Das gefällt mir. Gut. Äh, Verwaltung. Fis. Wo ist Fis? Hier, Fisserhütte. Dann gucken wir mal, was wir hier machen. Also, wir brauchen mit Sicherheit, sag ich mal, ein Rotauge. Dann werden wir sicher auch einen Barsch brauchen. Warum ist Barsch so teuer von der Zeit her? Und ein Hecht. Ich glaube, wir brauchen keinen Hecht. Uff. Nun. Ja. So ungefähr. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es sind zwei Fische am Tag. Also zweieinhalb vielleicht. Da ist noch nicht mal Fischfilet gemacht. Ja, dann lassen wir sie erst mal angeln. Und, ähm, ich guck mal, wo jetzt hier die Unterschiede sind, was das, was das bringt. Ähm, wenn das mehr Fleisch bringt, dann können wir das machen. Wenn nicht, dann machen wir nur Rotauge. Weil, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Wir werden das rausfinden. Wir werden das rausfinden. Karotten. 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 Wir brauchen Karotten. Wir brauchen Karotten. So, das ist ja eine ziemlich hässliche Kreuzung. Aber gut. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas erwarte. Karotten, Samen. machen wir das eben noch. So. Und so. Und hier noch ein bisschen. Unbefett. Ist das denn, ist das denn tatsächlich so? Seht man denn Karotten im Winter? Ich hab überhaupt gar keine Ahnung, ne? Ich würde das jetzt einfach... Wenn ich in eine Survival-Situation kommen würde, dann würde ich einfach Karotten im Winter sehen jetzt. Und dann gucken, was passiert, ne? Weil, das Spiel hat mir gesagt, Karotten im Winter. Ich glaub, cool geht auch noch, ne? Bin mir nicht sicher. Ich würde einfach sterben. Das ist so. So auf Dauer. Weil, ganz ehrlich, bist du auch nicht satt von. Gut. Äh, dann haben wir das auch. Das haben wir auch. Ups. Ähm, und dann machen wir... So. Hier noch einen Weg hin. Hier machen wir auch noch einen Weg hin. Und dann ist das schön. Äh, ich würde hier ganz gerne noch einen Zaun drum machen. Wenn ich ehrlich bin. Zäune. Ähm, ja, machen wir hier so einen Zaun drum, ne? Gucken wir mal. Hopp. So ungefähr. So ungefähr. Und so. Mal ein bisschen gerade versuchen. Und so. Dann knallen wir hier. Jetzt ist ihm wieder kalt. Natürlich. Dann arbeite halt schneller. Dann ist ja auch nicht kalt. Das ist doch ganz einfach. Äh, zerstören. Zerstören. Duper. Ich hab gerade gedacht, ich hab... ...einen Teil vom Feld abgerissen. So. Dann machen wir hier mal... ...versuche ich mal, den Stockzorn zu treffen. Ist ja offensichtlich nicht so einfach. Ich hätte auch den Weidenzaun nehmen können. Aber... ...ich find das hier mit dem Stockzorn gar nicht so kacke. Und außerdem sieht's dann, äh, gleich aus. Gucke mal. Das ist ja ein Traum. Bisschen schief auch. Super. Jetzt ist es ihm wieder kalt, ey. Das ist unglaublich. Wie kann einem denn so kalt sein? Ich muss mich aufwärmen. Ja. Komm. Geht das hier? Gucke ins Feuer. Ist mir jetzt warm? Weiß ich nicht. Totenstille hier, ne? In dem Dorf. Gut. Aha. Die haben hier so ihre Spots, wo sie... Ja, heule rum. Wo sie sich hier dann, ne? Ja, das sieht doch nur so aus. Das sieht doch nur so aus. Guck mal. Könnt ihr euch hinsetzen? Ja, 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 ja. Der ist auch nur am Heulen die ganze Zeit, ne? Zäune. Machen wir mal ein Steinmäuerchen hier hin. Uff. Na, komm. Dann kriegt sie, dann kriegt sie hier ein Steinmäuerchen hin. Hier, guck mal so. Das wird bestimmt ganz zauberhaft. Überlegen, bis wo der Weg geht. So. Oh, stimmt. Das ist ja alles krumm und schief hier, ne? Das ist ja alles krumm und schief hier. Nein! Das ist genau das, was ich nicht machen wollte. Scheiße. Verdammte Hacke. Ach, Kacke. Scheiße, 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 Scheiße. So, bauen. Dann machen wir das nochmal. Zäune, Stein, hier. Gehe ich nicht ganz so nah dran an dem Weg, sondern so hier. Und dann... Geht das immer noch nicht? Krass. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Oh, Alter. Machen wir das anders? Ich baue von der anderen Seite einfach. Weil ich ein Fuchs bin. Ein Fuchs. Aber ich mache nur hier so ein bisschen, ne? Du bist Frosty. So, guck mal. Und... Und dann so. Und dann mogeln wir uns hier so an dem Weg lang, ne? treasures. Und dann... Naa. Oder ich kann nicht über den Weg bauen. Das kann natürlich auch sein. So, dass ich nicht über den Weg bauen kann. Das kann sein, ne? Dass es das ist. Dann brauche ich ja noch... Eisenzaun. Ach, das ist ein Eisenzaun. Das geht auch noch. Gatter, Eisengatter, Stockgatter. Ja, dann kriegt der halt keinen Gatter. So. Muss man nicht immer betreiben hier, ne? So, guck mal. So. Wunderschön. Kugel mal. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch, ist mal was anderes. Dies ist mal was anderes. Äh, dann hier. Auch noch eine Bank. Könnt ihr sich hier so hinsetzen? Die mögen ja, die mögen ja Bänke. Offensichtlich. Ne? Dann würde ich sagen, gibt es hier noch ein bisschen Beleuchtung. Wie viel Leingarn habe ich noch? Ein. Ne, sechs. Weißt du, was ich mache? Ich gehe nach Hause. Dann hänge ich mir die Lampe auf. Und dann guck mal, was noch übrig bleibt. Weil ich habe... Ja, ich gehe doch schon. Weil ich habe nämlich noch nichts. Noch kein Licht in meiner Hütte. Kann nicht sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das geht so nicht. So. Also wenn... Ach, das wäre schön, wenn man von Weitem auch das Licht sehen würde. Das ärgert mich ein bisschen, dass der... Entweder der See so groß ist, beziehungsweise die Weitsicht nicht so geil ist. Wäre schön, wenn das hier jetzt noch leuchten würde. Naja. Gut. Dann halt nicht. Man wird doch träumen dürfen, oder? Hier, Slot vier. Lampe. Nice. Reicht mir irgendwie nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Slot drei. Lampe. Wo hängt die? Ich habe zu wenig Leingarn. Immer noch. Schon wieder. Also Leingarn ist halt ein Ding. Ganz ehrlich. Brauchen wir mehr. Viel mehr. Viel, 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 viel mehr. Weil ich habe ja noch nicht mal Klamotten gemacht. Habe ich nicht eigentlich auch Winterklamotten? War da nicht was? Naja, nicht wirklich. Stiefel hatte ich gefunden gehabt. Ähm, Essen. Was ist denn hier eigentlich mit Essen los? Äh, Essen. Pilz. Vergiftung. Nee, das wollen wir nicht. Kann ich mir eine Pilzsuppe machen? Oder irgendwie sowas? Brauche ich mir dafür. Ähm, mach mal hier an. So. Brei. Suppen. Rote Beete. Eintopf. Kohl. Pilzsuppe. Da brauche ich... Edelreizer noch. Naja, habe ich nicht. Gut, dann nicht. Das ist alles sehr traurig. Ist auch... Ich kann irgendwie nichts machen, was mir schmeckt. Dann esse ich... Soll ich machen? Dann esse ich noch... Komm, esse ich ein, ein, ein. Salzfleisch habe ich auch. Minus fünf Wasser. Naja gut, das ist ja nicht schlimm. Vergiftung. Warum? Warum bekomme ich denn Vergiftung von Salzfleisch? Hier steht nichts Vergiftung. Toll. Nee, Salzfleisch ist ja super. Vergiftung. Ich glaube, es hackt, ey. Kriege ich das mit Wasser weggeschwemmt? Das macht mich alles sehr traurig. Das macht mich alles sehr, sehr traurig. Ich würde gerne Brücken bauen. So eine Brücke hier drüber, weißt du? Fände ich irgendwie noch ganz cool. Aber... Geht ja nicht. Kann nichts machen. Ich darf nichts machen hier. Guck mal. Wird schon genutzt. Ist doch super. Und da auch. Ah, guck mal. Wie sie die Bänke alle nutzen. Ist das herrlich. Das ist wunderschön. So, wie sieht das aus hier eigentlich? Ihr seid alle wahnsinnig glücklich. Geht so, ne? Gut. Dann würde ich, glaube ich, hier häusertechnisch noch ein bisschen weitermachen. Ähm... Wo ist denn mein Hammer? Ich habe mich gerade weggepackt. Zerstören. Zerstören. Ich zerstöre alles. Da ist zwar jemand jetzt unglücklich, aber ihr könnt mir vertrauen. Das wird... Ich renoviere ja. Das wird großartig. Das wird einfach großartig werden. Da müssen mir die... Uff. Da müssen mir die Dorfbewohner auch einfach mal vertrauen. Dass das großartig wird. Sie haben es ja bei ihren Nachbarn schon gesehen. Und deswegen... Großartig. Ich würde gerne bauen. Danke. Äh... So... So... Das hier einmal... Da muss man nicht unbedingt hingucken. Würde ich auch kein Fenster reinbauen. Nach hinten ist schön. Hier zu. Ist auch ein relativ großes Haus, ne? Ist ein einfaches Haus, glaube ich. Kein ganz kleines... So... Hier würde ich, ganz ehrlich... Hier würde ich aber doch schon... Hier würde ich ein Fensterchen reinmachen. Einfach so auch, dass dieses ganze Grödel hier abzieht, ne? Wenn man kocht. Ried, Dach. So... Äh... B, A, beiden. Hier habe ich doch schon, ne? Einfaches Haus. Steinwand, Steinwand. Baubau. Dekorieren. Nö, passt. Die Zolle pausen. Ich habe... Keine Holzstämme mehr. Das passt aber nicht. Das geht ja so nicht. Ja, nögel, nögel, nögel. Holzstämme, 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 191. Ja, komm, jetzt nicht mehr. So. Ist doch ein sehr florierendes Dorf hier. Sehr schön. Ja, geil. Ah, herrlich. Die Leute haben Spaß bei der Arbeit, weißt du? Ein Traum. Es ist einfach ein Traum. So. 700 Steine nur noch. Da muss ich mal bald wieder in die Mine. Müsste ich sowieso noch machen in dieser Jahreszeit, ne? Oh Gott, oh Gott. Okay, hier... Hier kann man wieder wohnen. Wenn man das möchte. Ähm, so. Wer wohnt denn hier? Also, Boy, Boy, Boy wohnt hier. Boy Süßlava, irgendwas. Und dann natürlich, äh, Damroka. Sie wohnt hier auch. Die kriegen bald Nachwuchs. Ich bin mir ziemlich sicher. Gut. Ne, noch brauche ich eigentlich nicht in die Mine gehen. Es ist ja noch, es ist noch Zeit. Die, die ist noch Zeit. Also, ich brauche mehr Häuser. Ich brauche mindestens noch... ...noch ein Haus mehr. Wenn ich ehrlich bin. Kann ich hier noch ein bisschen verputzen? Gucke mal. Ich habe nicht mehr viel, ne? Mir fehlt Kalk. Mir fehlt es einfach an Kalk. Ich würde... Hier gerne noch eine Hütte hinballern. Ähm... Dafür müsste das hier alles weg, ne? Oh, das hier. So. Das hier. Der hier. Dieses. Jenes. Äh, gucken wir mal, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Ich will mal ein großes Haus bauen. Das ist bestimmt eine wahnsinnig gute Idee. So. 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 Hier noch und da noch. Das Leben hier ist besser, als auf der Straße zu schlafen. Oder zu leben. Ja, gut. Soll ich das jetzt als Lob sehen? Ich bin mir nicht sicher. Ist es Lob? Ist es Genürgel? Beides. Einfach beides. Ja. Und so. Die Zweige noch weg. Den Stock noch weg. Mal gucken. Aber ich kann natürlich sein, dass das hier gar nicht reinpasst. Ähm... Ein Haus. Ein Haus. Ein Haus. So, ne? Dann ist zwar der Vorgarten nicht so groß, aber gut. Irgendwo muss man ja auch Abstriche machen, ne? Das haben wir auch nicht vergessen. Das ist ja riesig. Das ist ja ein Palast. Habe ich mir ein Haus gegönnt eigentlich da oben? Ist das ein Haus, was ich habe? Na! Verdammt! Mach ich denn? Ein dummes Zeug mache ich schon wieder. Stein. Fenster. Stein. Hier würde ich, glaube ich, ganz gerne Fenster reinballern. Wenn ich hier wohnen müsste. Ich meine, ich muss hier nicht wohnen. Kann mir egal sein. Äh... So. Und hier noch. Und da noch. Und dieses noch. Oh Gott. Ist echt groß, ne? Muss man schon mal sagen. Hier ist schon. Cool. Das. Jenes. Dach mit Holzschindeln. Dach mit Holzschindeln. So. Das ist so groß, dass ich hier gar nicht... So. Und müsste passen, ne? Sieht so aus zumindest. Gucken wir mal. Ja, und die Nächsten, die hier dann ins Dorf kommen, die werden sich natürlich freuen. Ein riesiges Haus, ne? Fast komplett ausgebaut. Das ist schon... Das ist schon... Das kann man machen, ne? So. Wir haben noch... 55 Bretter. Jetzt nicht mehr. 35. Ich sag's nur. 600 Bretter gemacht vor zwei, drei Folgen. Gucken wir mal. Schön. Schön, schön, schön. Dann kriegen die noch. Dann kriegen die auch noch. Ein Steinmäuerchen. So. Gucken wir mal. Vielleicht ein bisschen gerade, ne? Das ist der dusselige Baubenweg, ne? Machen wir's so. Wunderbar. So, die kriegen... Die kriegen hier ihren Eingang. Hier so. Perfekt. Kriegt ihr noch einen Weg? Huch. Und dann sind die happy. Muss ja nicht mal alles gerade sein, ne? Das kann ja auch mal ein bisschen... Das ist schon eng, ne? Vom Weg her. Da muss ich mir auch... Es ist mir zu eng. Das muss zukünftig größer werden. Ich glaub, der Weg, der muss breiter. Der Weg muss breiter. Ja, gut. Jetzt lassen wir das mal noch durchgehen. Aber das kann ja so nicht weitergehen. So, ich hätte auch gerne noch einen anderen Weg, wenn ich ehrlich bin. Aber geht ja nur der. Weil das hier ist so ein Schotterweg. Weiß ich nicht. Ich glaub, so ist besser. Ich glaub, so ist besser. So, bauen. Dim, 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 dim. Ein Steinmäuerchen. Steht hier der Baum im Weg, ne? Ja, guck mal. Hä? Viel besser. Brauchen eh nicht so viel Platz. Dann machen wir den so. Dann so. Dann machen wir hier noch... Machen wir hier noch einen Weg rein. Sehr schön. Haben wir das hier gleich ein bisschen breiter gemacht, das Ganze? Ja, so ist es viel, viel besser. Viel angenehmer. Weil im Endeffekt ist es ja nicht mehr, als hier nur so ein bisschen Kies hinzuschütten, ne? So, hier wird es wieder ein bisschen enger, aber das ist okay. Aber dann fängt hier der Fortschritt irgendwie an, ne? Ab der Kreuzung. Könnte man meinen zumindest. Vielleicht auch nicht. So. Ich würd sagen... Das sieht doch eigentlich ganz... Oder? Also, oh Gott. Ich bin müde. Oh Gott. Geschafft. So reicht für heute jetzt auch. Erstmal. Ne, ich würd sagen, ähm... Dies ist ganz angenehm. Das sieht ganz schön aus. Ganz zauberhaft. Schicki. Lasst gern ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Schön mit Ö.